Ich fliege jetzt noch mit dem Sticky. Verpiss dich da! Und? Das geht nicht. Ja, das geht auch nicht mit dem Sticky. Außer du musst ihn einen nach vorne machen. Ja, einen nach vorne. Ihr habt doch gelitten. Die Listen muss einen nach vorne. Ho, ho. Autsch, du Affe. Schlagt euch mal. Kloppt euch mal ruhig. Ach man, ist der Weg nicht der Block oder was? Runter da. Ohne Witz. Ja, ich hab's. Nee, ich hab's nicht. Hast du's? Nein. Das ist weg. Ich hab's echt nicht. Egal, den kann man sich machen. Das weiß ich. Und das Ende. Und ich hab's in dem Winter. Wichser. Und dann hat'n du Follower. Ach das mein Du. Ich hab das Eis. Hat jemand so'n, so'n Ding für Bienenabdingen ernten? Nee. Mist. Soll ich einen machen und mit dem Portal wieder hinkommen? Guck mir grad die Credits an. Ich geh nochmal hier gleich rein. Die Credits hab ich weggedrückt. Aber du kommst ganz normal wieder durchs Portal, ne? Ja, ja, ja. Man kommt da ins Haus raus. Ja. Ich sag ja, man kommt da wieder durch. Beziehungsweise, man kommt auch an so'n Bett und dann kann's wieder rein. Soll ich denn das Portal zum End hinbauen? In unserem Haus? Nee, mach mal ruhig in der Hölle. Okay. Ich hab' das andere, das zum Ender Portal führt, dahin gesetzt. Ja, da ist... Lass einfach, dass wir dann ins End kommen. Müsst' halt einen schönen Raum da nur noch hinmachen. Kann ich mich ja irgendwann mal wieder dran machen. Was ja so schön wird wie dir in der Hölle. Wie Server Closed. WTF? Ich hab's nicht gemacht. Ja, das ist natürlich geil. Schon wieder mal. Meine Fresse, ey. Kann man dasselbe bei uns? Can't reach Server. La la la. Die Seite braucht doch schon wieder so lange zum Laden. Hm. Kann's sein, dass es echter Minecraft-Server liegt. Mh, nein. Nein. Glaub ich nicht. Wenn die Seite schon wieder so lange zum Laden braucht. Und wir haben ja nix dran geändert oder so. Ich will mal kurz auf 100 TS. Hm. Ja. Und dann würde ich sagen, wir machen wir noch einen kurzen Cut eben, ne? Jetzt glaube ich schlauer. Bis später dann. Bis später. Willkommen zu euch für das Beklappenprojekt. Ja, immer noch mit den zwei Knallköpfen. Nein. Ah. Ah. Der Server läuft wieder. Ja. Noch. Kannst ja mal erzählen warum, Johnny. Ja, sobald ich meinen, äh, Händels-Trick aufgemacht hab. Hallo? Aber bitte nenn nicht die Marke, ja. So, ich versuch jetzt im Ende, ich versuch jetzt im Ende nicht zu sterben. Ich hab ein Jetpack an. Die Marke fängt mit B an und hört mit Oster auf. Ah, ja. Ich hab ein Paarchen Enderbienen. Du kriegst dafür kein Geld. Johnny, vergiss es. Achso, was für ein Tropfen? Ein edler Tropfen. Ah, ein edler Tropfen. Du kriegst dafür kein Geld. Welcher Jahrgang? 2013? Hahaha. Aber in Eichen, in Eichenfässern gereift. Hm, geil. Oh, ja. Schleck. Mit Eichenfässern. Eichenfässern. Mit Eichenkäse. Ey, Jungs, Alter. Das hat schon die jetzt gesagt, nicht ich. Ey, ist sogar mein Todespunkt. Ich hab auch noch nicht noch ein paar Items, aber ich glaub auch nicht, bin ja unten irgendwo getötet worden. Dieser komische Gravestone-Mod funktioniert ja auch nicht wirklich, ne? Also normalerweise, wenn man diesen, man stirbt, hinterlässt man ja diesen Gravestone. Ja, wenn man stirbt, klar. Und normalerweise, wenn man den kaputt macht, kommt seine Crypt wieder aus dem Gravestone raus. Mhm. Naja, genau. Der funktioniert nicht richtig. Da hast du recht. Ja. Der funktioniert erst in der neuen Version. Okay. Ich hab eine Ender-Bing. Ich mein, ihr hätt noch mehr gefunden gehabt. Deine Oma. Nein. Nee. Ach, warte mal. Ach, hier muss man Musik anmachen. So still grad. Oh. Kann man eigentlich mit Sludge machen? Guck mal. Fühlst du still grad? Äh, irgendwas betreiben. Gibt nen Slut-Spoiler. Naja. Ich sag da irgendwas, kannst du damit betreiben. Achso, ja stimmt. Der macht ja Piet und sowas, steht der. Naja. Ich hab jetzt zwei Pärchen Ender-Bean. Ich glaub, ihr sollt die mal wegbringen. Das sind glaub ich auch die letzten. Ja. Bring den mal weg. Oder? Ich will eigentlich noch den Battle-Golem-Tower da oben machen. Ja, warte ich helfe dich. Ich komm auch. Nein, Mann. Dann lass mich den machen. Geh sterben. Ich mach den jetzt einfach. Ich flieg da mit dem Jetpack hoch. Nein, mit dem Schwert nicht, oder? Nein. Doch. Aber das Buch zum Ende ist jetzt in meinem Haus, ne? Ah ja. Bunker doch alle. Ich geh da lieber raus, bevor ich wirklich sterbe. Warte, wo bist du denn? Ein bisschen weiter weg. Ähm. Es hieß ja nur ein Tower. Nein, nein. Hier ist ein zweiter. Nicht. Ah ja. Alter! Alter! Da boxt mich erstmal ein Enderman runter. Der Wichser. Aha. Gestorben? Nein, Mann. Ich hab nen Jetpack an. Ich hab mir noch nen Jetpack geköftet. Glück. Ja. Ich muss jetzt auf jeden Fall sowieso weg. Hi. 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 Da hinten ist noch einer gewesen, siehste? Wenn du da guckst. Aber der ist, der ist jetzt fertig. Ach. Hast du nen Tower? Hast du nen Boss gelegt oder was? Ja. Ah. Ich hab doch noch... Mein Schwert hab ich ja. Es ist toll fett da drauf. Hier muss ich mir auch noch was überlegen. Hier was schick ich hier hinbauen oder nicht? Oh. Muss nicht, oder? Hätte doch was. So wie im Neta so ungefähr. Also so. Haha. Dass wir halt da reingehen können direkt so. Von allen Seiten den... 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 Den Tower mach ich weg. Alter. Hast du das? Nein. Ich hab meine Spitzhacke weggeworfen, ich Idiot. Haha. Und ich hab nen 2 im Boomerang. Guck mal hier. Pass auf. Guck mal, ich hab jetzt einen Boomerang. Guck mal, jetzt hab ich sogar noch 2 wieder im Inventar. Pass auf. Guck. Aua. Du hast dich gehauen. Ey, du hast... Hast du meinen Boomerang gefangen? Ne. Pass mal auf hier, Johnny. Guck mal. Eins. Zwei. Drei. Jetzt darf ich den weg. Guck mal, jetzt hab ich sogar 4. Jetzt kommt einer. Haha. Jetzt hab ich 4 im Inventar. Okay. Ich kann nix dafür. Das ist durchs... 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 Soulfeather. Ja. Das ist voll der Bug. Jetzt knut mich noch ein Enderman an. Ja. Sprichst du durchs Portal, knut dich ein Enderman an. Haha. Und ich hab die Bienen. Yeah, yeah. Ich hab die Bienen. Oh, ich bin geil. Erstmal direkt. Erstmal direkt klonen, ne? Ich hab zwei Pärchen. Komplett. Ach ja, klonen direkt. Ines. Oder die DNA geben. Ich weiß gar nicht, wo die hin müssen. In welches Gebiet. So, der ist in der Ei. Ja... Äh... Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Guck mal. Centus will immer drauf einhacken, was genau war. Lass ihn doch einfach. Mhm. Der möchte vielleicht nicht. Vielleicht hat Johnny Angst vor der Kamera. Vor der Kamera. Möchtest du? Du merkst ja, dass sie macht auch Fail-Aufnahmen, ne? Ah. Du bist so schüchtern. Wir wissen's. Kann man so eine Enderbiene wohl hier in eine Wüste reinpacken? Äh... Ich glaub... Nee, ich glaub nicht. Dafür hat die... Die Community muss ja passen. Dafür ist sie zu schlimm. Warum hast du mir eigentlich vorhin über Whatsapp das Bild geschickt? Was wir will. Auf Gott's Augen. Was du mir über Whatsapp geschickt hast. Ich krieg so viele Leute Bilder. Mhm. Besonders Centus. Das ist ein Tag. Der steht auf dich. Ich. Er liebt dich. Er wollts nur nicht sagen. Jo. So. Wo war ich denn abgeschoben? Was wird euch los? Die Motivation ist bei euch grade so Art im Keller, oder nicht? Wieso? Ihr hört euch so ein bisschen müde an. Ich muss ja auch immer gediegener reden, ne? Warum? Muss ja nicht immer so... No, 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 no. Klar, du musst fröhlich sein. Ein fröhlicher Mensch. Zeig mir deine Energie. Energie. Mehr Energie. Mehr Energie. Was sind die denn jetzt? Äh... Da. Ach toll, ich hab ja auch keinen Drill mehr. Danke, Centus. Wieso ich? Ich hab keinen Drill mehr. Penis. Hallo? Nein. Für fünfstorben nicht ich. Ich weiß. Mit so viel Ender-Bean. Voll Pfosten. Das wären fünf Paar Ender-Bean gewesen. Pfosten. Nein. Ich will später keine Ender-Bean haben. Mach ich dich dafür verantwortlich. Warum das? Ich hab doch zwei Paare. Du kannst sogar einen tiefen haben. Du kannst sogar das... Du kannst sogar das Drachenei-Klon, du Vogel. Du kannst so Diamanten. Blöcke. Ja. Ich wollte jetzt aber erst vielleicht gegen den Wither kämpfen. Hab ich schon. Echt? Ja, hab ich doch. Ich hab da schon Nitterstar. Hab ich schon. Hab ich schon. Cool. Ging voll schnell. Freust dich? Mhm. Hab ich Wither-Köpfe? Ich glaub nicht, ne? Ach so, warte mal. Wither-Köpfe? Moment. Ich hab einen. Ja, warte mal. Ich hab irgendwo voll viele. Ich könnte auch nur meine Farmer machen. Ich hab auch einen. Ja, warte. Weißt du, wo die sind? Johnny, komm mal mit. Wir treffen uns beim Neta. Bei den Hauptportalen. Neta, Peter. Oh, es ist nicht durchs Portal gekommen. Das ist schlecht. Da muss ich hin. Ich seh dich noch nicht. Ja, ja. Ich bin durchs... Kommen sie ran. Kommen sie ran. Kommen sie ran. Kommen sie ran. Komm hier. Siehst du mich? Ja. Komm mal mit. Hier. Hier. Da. Siehst du die? Ja. Hier müssten auch irgendwo... Ah, ne. Ne. Weißt du was? Hast du Behandling drauf? Ne. Pot nicht. Moment. Ja, ja. Die Pot. Ich hab ja... Ich hol mal ein Behandling Schwert. Wenn ich das noch besitze. Ja.